Nikolaus Heidmann und Johannes Mannerkamp aus Brachdorf und Kist. Kist muss auch irgendwo bei Jogsburg liegen. Das war unten. Sag mal, wo ihr herkommt? Ja, auf A. Und das Auto selbst vorbereitet? Natürlich. Diese DS? Zu wenig. Angewend noch offen. Wir können heute alles machen. Nullig ausweichend. Ankommung ist wichtig. Manche sind dicke, so wollte kein Feuerwehr aus Ensel. In der Frau, in der Ferne, in der Hülle. Auf einem übergreifenden DS ist hier eine Weltkur abwacht. Also, Udo Randolf ist hier der Sportkommissar, der von der obersten nationalen Dolz mit Sportkommission das richtig geschickt. Ja, deutscher Motor, Sportkommission, Dolz hieß das früher der ONS. Soll das nicht. Soll vielleicht die Reitzung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.